Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 66.400 US-Dollar. Wir haben leider gestern nicht mehr unseren Short-Einstieg bekommen. Für alle, die noch long sind, habe ich ja gestern gesagt, okay, schon mal 50% raus. Die anderen 25% dann hätten wir hier oben nehmen können bei 69.000. Wir sind aber leider nicht mehr hingekommen, also bearish divergence plus höheres Hoch ist leider nicht mehr da hingegangen. Jetzt haben wir bereits so die mögliche rechte Schulter hier nach unten hingebildet. Und ob das möglicherweise schon das Ende ist, beziehungsweise hier wir unseren Short-Einstieg nochmal finden können, werden wir uns im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Außerdem werden wir natürlich auf die Fear Room werfen. Wir werden auf unseren Eurotrade werfen und natürlich auch auf Gold und die Stockmärkte. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr Stocks, Forex und Krypto traden wollt, alles mögliche und auch natürlich Aktien, wenn euch das interessiert, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse, BingX, empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Außerdem unterstützt ihr mich ein bisschen damit. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan 66.400 US-Dollar bei Bitcoin. Das war gestern so ein bisschen der Plan, dass wir eben, ich gehe mal in den 1-Stunden-Time-Frame, da sieht man es ein bisschen besser, dass wir uns hier die Liquidität hier oben nochmal abholen, beziehungsweise in das Golden Pocket reinkommen, mit einer gleichzeitigen Bearish-Divergence. Das wäre natürlich das Wunsch-Szenario gewesen. Ist leider nicht mehr so der Fall gewesen. Wir sind direkt leicht abverkauft worden, bis hier runter auf knapp 64.500 US-Dollar. Aber wenn wir uns das FIP-Level mal ziehen und ihr euch daran erinnern könnt, war gestern auch so in der Analyse eigentlich eher so der Plan, okay, wir holen unser, in Anführungszeichen, Doppeltop, gehen dann runter, mindestens bis zum 0,5er, auch wegen dieser kleinen Ineffizienz. Besser wäre sogar das Golden Pocket gewesen, aber gut, ist es so. Und dann hätten wir ein schönes Inverse Head & Shoulders. Danach sieht es halt, wie gesagt, jetzt derzeit ein bisschen auch aus. Nur, wie gesagt, wir haben halt keinen Short-Einstieg mehr bekommen. Deswegen warten wir jetzt erst nochmal ab. Wir haben heute Freitag, das heißt, sowieso würde ich jetzt ungern noch irgendwelche Trades eingehen. Wir müssen dann wirklich ganz genau schauen, wie sich dann eben die nächsten Stunden verhalten. So wie es aussieht, versucht der Markt jetzt trotzdem erstmal hier hoch in Richtung Golden Pocket zu kommen. Das heißt, auch hier besteht immer noch die Chance. Wir kriegen unsere Barrage-Tab-Vergents, wir kriegen unser Doppeltop hier oben und kriegen dann möglicherweise nächste Woche den nächsten Abverkauf. Das sind jetzt, wie gesagt, die zwei Szenarien. Einerseits wir ballern dann nach oben durch, eben durch oder mit Unterstützung dieses Inverse Head & Shoulders, was sich jetzt eben momentan oder derzeit bildet. Dann ist es halt so. Ansonsten, wie gesagt, die zweite und meiner Meinung nach immer noch ein bisschen wahrscheinlichere Variante ist, dass wir eben hier oben dann erst einmal abgelehnt werden und dann möglicherweise nochmal weiter abverkauft werden. Möglicherweise sogar in Richtung 50.000 US-Dollar. Wird sich aber jetzt dann, wie gesagt, ich denke mal übers Wochenende dann zeigen, wo die Reise dann auch nächste Woche erst einmal hingeht. Nächste Woche, News-Technisch ist es, glaube ich, sowieso ein bisschen ruhiger. Wir hatten jetzt diese Woche Fett-Zinsentscheid natürlich, was da ein bisschen mehr eingespielt hat, was uns dann auch in Richtung 61.000 US-Dollar erst einmal gebracht hat. Wie gesagt, wenn wir hier oben angelangt sind in dem Bereich zwischen 69.000 und knapp 70.000 US-Dollar, nehmt 75% raus und sollte dann wirklich ein Breakout nach oben hinkommen und dann nochmal der Retest in das Golden Pocket, dann kann man die Position wieder verdoppeln und einfach weiterlaufen lassen. Mehr würde ich jetzt momentan nicht machen. Wie gesagt, manche sind hier unten noch reingekommen für die Top. Ansonsten, es kommen auch wieder neue Chancen und sollten wir hier, wie gesagt, hier oben dann erste Probleme reinkriegen, kann man immer noch in eine Short-Position reingehen. Ansonsten, 4 Stunden Timeframe. Wie gesagt, habe ich ja schon gerade in den kleineren Timeframes dazu gesagt, wir haben die Ineffizienz hier gefüllt, wir haben das 0,5er erst einmal gefüllt. Auch sehr, sehr gut, aber wie gesagt, Golden Pocket wäre eigentlich besser gewesen. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen stört, ist hier, also ich zeichne euch das mal ganz kurz ein, das ist so dieser Bereich. Natürlich haben wir hier einerseits auf 4 Stunden Close erst einmal ein höheres Hoch gebildet, sind aber hier nicht mit dem Docht rübergekommen. Das stört mich momentan so ein bisschen. Das heißt, grundsätzlich sind wir immer noch so ein bisschen eher in dieser abwärtsgerichteten Struktur drin. Das heißt, wir brauchen mindestens mal ein Close hier über dieser Marke von ungefähr 68.200, 68.300. Besser wäre natürlich dann hier oben im Golden Pocket, dass wir uns dann hier oben festsetzen. Dann wäre so diese bearish Struktur erstmal durch und dann sinken auch die Wahrscheinlichkeiten, ehrlich gesagt, dass wir hier nochmal deutlich, deutlich tiefer reingehen. Ansonsten, wie gesagt, das ist momentan eher so ein bisschen mein Plan, dass wir dann hier unten nochmal etwas tiefer runtergehen. Ansonsten gibt es derzeit bei Bitcoin eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Es ist sehr, sehr ruhig. Wenn wir uns mal die Funding Rates angucken, die sind relativ wieder normal. Also ich sage jetzt mal vor mega Top oder neuem All-Time-High-Niveau. Sieht alles sehr, sehr gesund aus. Also eigentlich haben wir genug Luft, um zu steigen. Und auch Open Interest sieht eigentlich relativ human derzeit aus. Ein bisschen die Altcoins ein bisschen am Pumpen. Vor allem auch Ethereum hat ein bisschen nachgelegt. Hier muss man ehrlicherweise sagen, hier haben wir überhaupt keine andere Struktur wie bei Bitcoin. Also hier nochmal Bitcoin zum Vergleich. Schönes Inverse Head & Shoulders. Und hier bei Ethereum hat sich im Gegensatz zu gestern eigentlich gar nichts geändert. Wir sind weder hoch ins Golden Pocket gekommen, Wir haben weder hier irgendwie nochmal eine rechte Schulter. Die würde ich jetzt weniger als rechte Schulter bezeichnen. Eher so als gammelige, was weiß ich was hier. Also da gefällt mir die Struktur noch gar nicht. Hier würde ich wirklich erst warten, bis wir hier wirklich ins Golden Pocket oben reinkommen. Beziehungsweise dann auch den nächsten Abverkauf dann nach unten hin bekommen. Das heißt, hier halte ich weiterhin einfach Füße still. Wer wie gesagt hier unten rein ist, nimmt 50% raus. 75% dann hier oben. Ich bin da nicht dran. Das habe ich gestern schon im Video gesagt, weil ich keine Eier gehabt habe. Hier wegen 7% in eine Position reinzugehen. Das Risiko ist einfach viel, viel zu groß gewesen. Ansonsten gilt es hier jetzt erst einmal meiner Meinung nach abzuwarten. Wenig Struktur oder wenig Bullisches, wo ich jetzt sagen würde, jo, wir gehen jetzt hier safe rein, wir gehen jetzt hier safe short, gibt es für mich momentan nicht. Wie gesagt, das sieht Bitcoin deutlich, deutlich entspannter aus, auch wenn uns hier noch das höhere Hoch fehlt. Aber es muss man auch ehrlicherweise sagen, hier bei Ethereum fehlt uns das auch. Wir haben auch nicht hier dieses Hoch durchbrochen mit einem 4-Stunden-Close. Das heißt, auch hier sind wir grundsätzlich weiterhin eher abwärts gerichtet, bis es sich hier wirklich die Struktur erst einmal ändert. So, deswegen auch hier gibt es momentan nichts darüber zu sagen. Aber dafür gestern an alle, die den Euro-Short mitgenommen haben, wo ich gestern im Video noch dazu gesagt habe, jetzt rein, Setup habe ich vergessen. Aber ich habe ja gesagt, im Video geht einfach rein jetzt. Weil hier oben bessere Möglichkeit gab es eigentlich nicht, wenn wir uns den 1-Stunden-Short hier nochmal angucken. Das war gestern zum Video. Ja, die Kerze, dann ging es nochmal ein bisschen höher. Aber gut, hat den Stop-Loss nicht beeinflusst. Und jetzt sind mittlerweile 75% aus dieser Position raus. Das heißt, top gelaufen das Ding. Und wenn wir uns im Vergleich dann noch den DXY dazu anschauen, genau das eingetreten, was ich eigentlich gestern dazu gesagt habe, wir werden uns diese Wigs früher oder später wiederholen. So, und so ist es gekommen. Ich warte jetzt hier ehrlich gesagt noch, ob wir hier wirklich nochmal eine Long-Position eingehen sollten. Weil auf dem 1-Stunden-Time für den CETA selber hatten wir jetzt schon Closest hier unter 1,083. Gefällt mir nicht wirklich gut. Und deutet auch eher darauf hin, dass wir hier sogar vielleicht nochmal in dem Bereich von 1,088 runtergehen. Das heißt für mich momentan in der Überlegung, wir haben auch noch Freitag, das heißt die Gebühren laufen übers Wochenende, weil natürlich kein Forex getradet wird am Wochenende. Bin ich hier gerade am überlegen, ob wir hier einen Einstieg wagen oder dann erst wirklich hier unten am Pivot. Wo für mich ehrlich gesagt hier unten deutlich mehr Sinn macht derzeit. Auch wenn wir uns die XY nochmal so ein bisschen genauer angucken. Klar, Bearish Divergence liegt hier schon vor. Wir haben aber nach oben hin doch noch hier ein bisschen, ja, ein bisschen Liquidität abzugrasen. Hier haben wir noch so eine kleine Ineffizienz. Also wird relativ spontan gesehen. Natürlich haben wir grundsätzlich kein Problem, weil wir haben eine Short-Position beim Euro offen. Das heißt, wir können mit einer Long-Position hatchen. Aber ich bin dann doch immer noch so ein bisschen zu Perfektionist und versuche hier immer noch die besten Einstiege zu kriegen. Aber gut, werden wir dann im Laufe des Tages gucken. Aber auch hier gleiches Spiel. Dieser Wick hier sollte normalerweise dann früher oder später gefüllt werden, dass es hier so in langsamen Schritten nach unten hingeht und wir dann auch in langsamen Schritten wieder nach oben hingehen. Also das ist erstmal so der grobe Plan. Gehen wir rüber zu Gold hier. Hier auch leider, also mich freut es für den Euro-Short, aber mich nervt ein bisschen, dass wir hier nicht mehr die Chance bekommen, zumindest vorerst nicht die Chance bekommen haben, dass wir hier noch einen Short reinkriegen. Ich habe ja gestern dazu gesagt, ich würde gerne hier oben nochmal dieses Hoch abfischen, weil wir hier eine schöne Bearish Divergence haben. Gold hat es nicht interessiert. Gold direkt nach unten hin geballert. Bis sogar auf 2.165 US-Dollar. Nächste Hoffnung ist jetzt, dass wir uns im Laufe des Tages hier nochmal ein bisschen erholen und nochmal ins Golden Pocket gehen, die Ineffizienz füllen. Also das heißt bis so ungefähr 2002 US-Dollar oder 2000 US-Dollar und dann die Reisen nach unten hin fortsetzen. Also das ist so noch die Chance für heute, damit wir hier nochmal einen Short reinkriegen. Wie gesagt, Bitcoin müssen wir gucken. Gold für mich momentan eher so ein bisschen an erster Stelle für die nächste Short-Position und natürlich auch der Euro long dann als Hedge. Und dann noch, last but not least, S&P 500. Ich weiß, ich bin hier immer noch ein bisschen spät dran. Also was ich damit meine, ich bin hier stündlich am Überlegen, ob wir diese Short eingehen. Weil akkurater kann diese Linie hier oben nicht verlaufen. Wir hatten diesen Steinsanstieg zum Fett-Zinsentscheid. Mir gefällt die gesamte Marktlage nicht wirklich. Wir haben Bearish Divergence auf jeglichen Timeframes. Also momentan gehe ich davon aus, dass das heute endlich der Fall sein wird und wir hier zumindest einen kurzfristigen Short mal runterkriegen, wenn wir uns das prozentual mal ganz kurz angucken. Also so nach unten wären es nur 1,3% danach. Würde ich das Ding schon auf Stop-Loss-Entry zumindest mal klatschen. Und nach oben hin, wenn wir uns das angucken, muss es mindestens hier in die Region um 5.306 US-Dollar. Einerseits über den Pivot, R2 muss auf jeden Fall drüber. Und dann ist es wieder diese gerade Marke hier, so um 5.300, 5.320, dass wir dann vielleicht sogar sagen, okay, 50% jetzt, auch wegen diesen Head & Shoulders auf dem 1-Stunden-Timeframe, darf man nicht zu sehr überschätzen. Aber dass man dann sagt, okay, wir machen hier zwei Positionen rein, damit wir hier zumindest jetzt den Einstieg haben und den zweiten dann vielleicht am Pivot, dann ist das Risiko auch etwas, etwas geringer. Weil ansonsten, normalerweise gefällt mir das vom Risk Management überhaupt nicht. 1,4% nach oben hin, 1,4% nach unten hin, 50-50 Chance, weiß ich nicht. Aber gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Für mich jetzt aber langsam wirklich an der Zeit, weil, wie gesagt, wir sind so oft an dieser oberen Kante erst einmal abgelehnt worden. Wir hatten jetzt wieder einen steilen Anstieg. Sieht mehr nach Korrektur aus. Aber wie gesagt, ich lasse mich eines Besseren belehren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Nicht vergessen, heute lädt es, ich hoffe es lädt, heute kommt neue Folge Crypto & More Online um 12 Uhr auf Spotify, Apple überall oder meistens um 12.15 Uhr. Irgendwie dauert das immer ein bisschen. Aber verpasst das nicht. Wieder eine kleine Solo-Folge heute gewesen. Gönnt euch das gerne. Lasst auch gerne hier ein Like da, würden wir uns drüber freuen, beziehungsweise Abo. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Gerne in die Telegram-Talk-und-Signalgruppe reinscheuen. Und ja, lasst es euch gut gehen. Genießt das Wetter. Ich glaube am Wochenende soll es nicht so geil werden, aber genießt dafür heute noch den Tag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay good. Tschüss.